Das habe ich am Anfang immer gesagt, dann sind sie gekommen, weil zum Beispiel, ich habe gesagt, es haben mal 3-1, jetzt haben sie bloß 2-1 gewonnen, haben sie sich beschwert, weil es nicht 3-1, dann habe ich gesagt, so habe ich gar nichts mehr, so bloß noch 3 Punkte.